Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bzw. einer kleinen Ankündigung hier auf meinem Kanal. Heute am 1. April startet mein Osterurlaub mit der Family, sodass jetzt für zwei Wochen hier keine Videos auf dem Kanal kommen werden. Es geht erst wieder ab dem 15. April weiter. Das ist ein Samstag und da werden dann die Videos Samstag, Sonntag veröffentlicht bzw. auf dem Kanal Langlies Workshop geht es Montag wieder weiter auf den anderen beiden Kanälen. Wie gesagt, an dem Samstag, dem 15. April. Deswegen ist jetzt aber erstmal etwa zwei Wochen lang Pause, nur dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, warum keine Videos kommen. Zwei Wochen Osterpause und dann ab dem 15. April geht es wieder weiter mit Videos. Die sind schon vorproduziert und auch schon eingeplant, also von daher geht es dann direkt weiter und dann habe ich wieder Zeit, wenn ich aus dem Urlaub bin, frisch erholt weitere Videos aufzunehmen. Von daher, genau, wisst ihr Bescheid und dann bis in zwei Wochen. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.